Scherben bringen Glück, Kapitel 6 Huch, wie die Zeit vergeht, wenn man gedanklich in Erinnerung schwelgt. Wenn meine Haare doch immer nur so schnell trocken wären. Da im Bad nichts weiteres zu tun ist, begebe ich mich geschwind in unser Schlafzimmer, um mir gemütliche Klamotten rauszuholen. Aus dem Schrank zerre ich irgendeinen gemütlichen Hoodie sowie eine Jogginghose und werfe sie blind hinter mich aufs Bett. Das Handtuch, welches immer noch auf meinen Hüften ruht, muss ebenfalls weichen und wird gegen eine Boxershorts getauscht. Rasch hole ich noch ein paar Socken, sodass ich die Schranktüren wieder schließen kann und mich zu meinen Sachen auf dem Bett drehe. Während ich mir die Hose angle und erst mein eines und dann mein anderes Bein durch die Hosenbeine manövriere, fällt mein Blick auf das Bett. An diesem Ort sind einfach schon so viele Sachen passiert. Ach Mensch, natürlich nicht nur das, was man jetzt denkt, sondern auch jugendfreie Sachen, wo ein Kevin auf der linken Betthälfte angezogen lag, genauso wie ein Tobi auf der gegenüberliegenden Seite im gleichen Zustand. Denn wir haben uns oft getroffen, um so Promi-Trash-Formate zu gucken wie das Dschungelcamp. Aus Zufall kamen wir nach einer Aufnahme mal darauf zu sprechen, da du einen Insider der damaligen Staffel in dein Bad genuschelt hattest. Zugegeben habe ich dieses Zeug auch manchmal laufen, wenn ich etwas schneide oder Thumbnails bearbeite, weshalb ich so schon einiges mitbekommen habe neben dem Internet. Denn diesem ist es scheißegal, ob du wissen willst, welches Geheimnis Mega-Promi XY in jener Situation offenbart hat oder wer rausgeflogen ist. So bekommt man das meiste halb freiwillig und eben doch halb unfreiwillig mit, so dass wir über das Zeug reden konnten. Aus Jux und Tollerei verabredeten wir uns, damit wir es zusammen schauen konnten. Deine Freundin war das Wochenende mit ihren Freundinnen unterwegs und so passte es gut. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir uns überhaupt auf euer Bett gelegt hatten und nicht auf die Couch, aber es wird wohl seine Gründe gehabt haben. So schauten wir uns die Folge Dschungelcamp an und erlitten furchtbare Qualen. Denn irgendwie möchte man es nicht gucken, da es bei einem nur innerliche Schmerzen und Fremdscham hervorruft, aber es ist eben auch wie ein Unfall. Man will nicht hinsehen, aber man entwickelt einen Drang, es doch zu tun. Und so lagen wir da, lachten uns kaputt und schlugen uns die Hände vor das Gesicht und waren manchmal kurz davor, uns einen Strick zu holen, um unser Leiden zu beenden. Doch zum Glück gab es eine kleine Pause, die Werbung, die das Schlimmste verhindern konnte. Ich sehe dich noch vor mir, wie du dich aufsetztest, dir die Haare rauftest und meintest, es fühlt sich so an, als wäre mein Gehirn so richtig hart durchgebumst worden. Manchmal war und bin ich echt erstaunt, was für Dinge du bringst. Wenn man dich so sieht, wirkst du so unscheinbar und dann haust du einfach so einen Klopper raus. Und was hat ein Hirn jetzt für eine Mission? fragte ich mit unterdrücktem Lachen. Doch du drehtest dich nur zu mir um, ließt deinen Kopf in deine Hände fallen und sagt es halbvernuschelt. Ich weiß es nicht, eigentlich will ich was essen, aber uneigentlich... Bist du mental zu durchgefickt? Vervollständigte ich deinen Satz. Du schlossest die Augen und nicktest müde. Immer wenn du müde bist, wirst du so unentschlossen und zickig, was ich schon damals wusste. Deswegen gab es in diesem Moment für mich zwei Möglichkeiten. Entweder dir anbieten, etwas zu holen oder dich aufzuziehen. Wofür ich mich entschied? Das kann man sich doch wohl eigentlich schon denken. Ich richtete mich auf und klatschte mit dem Handrücken gegen die Handinnenfläche der anderen Hand. Weißt du was, Tobi? Ich kann dir nur eins sagen. Never give up. Wenn das dein Traum ist, dann musst du das verfolgen, weil sonst kommst du nie an deinem Ziel an und verrennst dich auf halbem Weg. Es ist dein Leben und nur dann... Doch dann wurde ich unterbrochen, was natürlich nur insgeheim mein Ziel war. Ach du alte Wurst, halt doch dein Maul. Ich gehe ja schon, Hauptsache ich komme von dir, Schwachmat, weg. Der meint einen hier auf Minderes machen zu müssen, nur weil er ihn die letzten Minuten im Dschungelcamp gesehen hat. Gabst du genervt von dir, während du aufstandst und der Tür hinaus verschwanzt? Ich weiß noch, wie ich mich glücklich lächelnd in das Kissen rücklingspresste. Hatte ich schon erwähnt, dass ich dich gerne ärgerte? Du gabst auf alles eine Antwort, um wenn sie noch so bescheuert war. Deswegen konnten wir uns auch ewig kappeln, weil wir in dieser Hinsicht einen sehr starken Charakter haben. Deine ganze Mimik, wie du die Augen rollst, so wie du schmatztest und deine verzweifelte Gestik waren mein absolutes Highlight. Je nachdem wie müde und wie gut mein Angriff war, konnte ich mich sogar nach einer einmaligen Attacke als Sieger bezeichnen, was ich an diesem Abend, also in der Küche warst, tat. Aber der glückliche, gar feiernde Gesichtsausdruck hielt nicht lange an, denn auf den letzten Metern schien es dort ein Tempo aufzunehmen und rief es in so einer komischen Tonlage, Kassala! Allah, Thorsten Degert, sodass jegliche Gesichtsmimik verschwand und ich perplexed reinblickte. Doch dann erhob sich meine Hand zu einem Facepalm und schüttelte leicht mit dem Kopf. Da brach es wohl nochmal so richtig aus dir raus. Den Anblick des verzweifelten Kevin bekamst du auch noch geboten, als du wieder zu der Tür hier reinkamst, weshalb du so dreckig lachtest und dich neben mich auf das Bett fallen liest. Du bist so ein Idiot. Entgegnete ich dir bloß, doch du lächeltest nur überheblich, während du die Tüte Chips aufrissest und dir die ersten Happen genehmigtest. In dem Moment hattest eindeutig du gewonnen. Anbei wollte ich noch eine kleine Erklärung liefern, die das vielleicht etwas verständlicher macht, weil nicht jeder guckt Dschungelcamp, aber es ist halt eine Verbindung, die Tobi und Curry auch wirklich im Real Life haben, weil sie gucken beide Dschungelcamp und bringen oft genug Insider aus den Staffeln und so weiter. Ich habe die Staffel von 2016 genommen, wo eben auch Menderes und Thorsten Läger drin waren. Ganz knapp als Erklärung, Menderes hat immer vor seinen Prüfungen oder auch in seinen Prüfungen sich selber motiviert mit so Never Give Up und du schaffst das, du musst für deinen Traum kämpfen, du musst dich beweisen und sowas. Deswegen habe ich das eben so gemacht, dass Curry Tobi damit verarscht, dass er halt für seinen Traum die Chips kämpfen muss. Vielleicht waren es Slay's Chips, ich weiß es nicht. Aber er muss auf jeden Fall dafür kämpfen, im Menderes-Style, so mit der Motivation und so. Und Thorsten Läger hat sich halt eben auch immer so motiviert in Prüfungen oder Schatzsuchen und so. Er hat halt immer so Kassala als Attacke gerufen und ja, das ist einfach nur noch die Erklärung dazu, die ich kurz liefern wollte, damit das vielleicht nochmal ein bisschen verständlicher ist, weil nicht jeder ist so ein Opfer wie ich und guckt schon das ganze Leben lang Dschungelcamp und kommt nicht davon weg. Also, damit ihr in Ruhe weiterleben könnt ohne ACTV, ich bin für euch da und erkläre das im Verpacken in Fanfictions, was Hobbylos ist, aber so bin ich. In diesem Sinne, ciao!